Zu Beginn der Plenarsitzung im November des Südtiroler Landtags hat Landeshauptmann Arno Kompatsche über den aktuellen Stand und die grundsätzliche Strategie in Sachen Corona-Pandemie berichtet. Die Anzahl der positiven Tests war in letzter Zeit stark angestiegen und man nähert sich einem kritischen Grenzwert trotz der 100 Betten, die den Intensivstationen zur Verfügung stehen. Gemeinsam mit Gesundheitslandesrat Thomas Wittmann hat der Landeshauptmann eine neue Verordnung angekündigt, die am Samstag, den 14. November, in Kraft treten wird und die sozialen Kontakte drastisch reduzieren soll, damit ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems vermieden werden kann. Dazu kommt eine flächendeckende Teststrategie, bei der 67 Prozent der Bevölkerung auf freiwilliger Basis getestet werden soll. Die Opposition findet die Tests zwar gut, hat aber auf Versäumnisse in der Vorbereitung auf die zweite Welle hingewiesen und verlangt, dass es in der Woche, in der die Schulen geschlossen bleiben, eine Betreuung für die Kinder gebe. Zusätzlich sollen Entschädigungen für die Produktionsbetriebe her, die zwei Wochen schließen müssen und den Familien, die durch die Brennergrenze getrennt sind, soll mehr Aufmerksamkeit und eine bessere Kommunikation zukommen. Das Plenum hat den Haushaltsvorenschlag 2021 des Landtags mit einem Volumen von 14,9 Millionen Euro genehmigt. Die Anträge des Team K für ein Corona-Kinderbetreuungsgeld und ein Impfregister wurden abgelehnt. Abgelehnt wurden auch die Anträge der Südtiroler Freiheit zur Kündigung des Vertrags für den Behindertentransport mit der Firma Tundo, von Enzian zur Unterstützung von Anti-Corona-Filtern für Busunternehmen und der Freiheitlichen zur Förderung von Familien und Betrieben. Die Anträge von Alto Adige nel Cuore Fratelli d'Italia zum Ausbau des Personals an italienischen Schulen und der Grünen für einen Leihservice für technische Basisausrüstung für den Fernunterricht wurden vertagt. Der Gesetzentwurf der Grünen-Fraktion zum Ausbau der biologischen Landwirtschaft wurde abgelehnt. Zwei Gesetzentwürfe der SVP wurden hingegen angenommen. Der erste sieht Erleichterungen bei Wassernutzungskonzessionen für Bewässerungsanlagen von Privaten vor. Das Gesetz wurde von den Grünen, welche das Finchger Zugunglück in Erinnerung riefen, kritisiert und von Umweltlandesrat Giuliano Vitorato nicht mitgetragen. Verteidigt wurde es von Erstunterzeichner Manfred Wallazza, der darin keinen Rückschritt für die Sicherheit, sondern einen Abbau von Bürokratie sieht. Der zweite mit Erstunterzeichner Helmut Renzler sieht Änderungen bei der Berechnung der zivilinvaliden Renten vor. Ab jetzt soll das Einkommen des laufenden Jahres für die Gewährung finanzieller Leistungen herangezogen werden, während separat bescheuerte Elemente wie Abfertigung oder Nachzahlungen nicht mehr berücksichtigt werden. Alex Ploner vom Team Kabe dauerte die Ablehnung eines ähnlichen von ihm eingebrachten Vorschlags.